Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Wer unsere Knappenschmiede verfolgt, kennt natürlich auch einige spannende Spieler, die dort möglicherweise die Chance haben, zumindest erst einmal ein Top-Talent zu sein und sich möglicherweise in dem Profibereich vorzuarbeiten. Und dazu gehört ja auch Merjan Ayhan, der jüngere Bruder von Khan Ayhan. Auch er spielt in der Knappenschmiede, ist gebütiger Gelsenkirchener und mit seinen 16 Jahren durchaus talentiert. Denn er spielt aktuell ja in unserer U17, ist dort auch ganz klar gesetzt und stand in allen elf Ligaspielen auf dem Platz und zeigt sich da aber auch durchaus torreich. Er machte bereits drei Buten. Der türkische U17 und teilweise sogar auch schon U21 Nationalspieler weckt aber nun auch das Interesse in der Türkei. Denn dort buhlen wohl die Superleague-Schwergewichte Galatasaray und Fenerbahce um die Dienste des 16-Jährigen. Auch das ist ein Gerücht, was nicht komplett neu ist, denn die Interessentenliste für Merjan Ayhan ist schon länger so, dass es immer wieder auch Interesse aus der Türkei gibt. Und das wäre natürlich ein Abgang, der bitter wäre. Denn auf Schalke möchte man die Knappenschmiede nochmal mehr in den Fokus rücken. Auch Mike Büskens spielt er dort als Verbindungstrainer eine noch größere Rolle als vielleicht noch in der letzten Saison. Und deswegen will man natürlich nochmal mehr solche junge Spieler fördern. Und Merjan Ayhan ist eben jetzt auf dem Sprung in die U19 in eine wichtige Phase unter Norbert Elgert, wo man ihn sich sicherlich nochmal sehr, sehr gerne anschauen würde. Entschieden ist natürlich noch nichts. Es ist einfach nur grundlegendes Interesse von Galatasaray und Fenerbahce. Und ich denke mal am Ende wäre es zu hoffen, dass Merjan Ayhan auf Schalke bleibt. Eure Meinung dazu? Mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!